Mein Name ist Johannes Vogel. Ich bin hier heute als Orchestrator und Dirigent des Films Midway von Roland Emmerich. Der Komponist ist Thomas Wander und wir haben heute insgesamt drei Sessions mit Streichern, Bläsern und Holzbläsern. Ich bin mittlerweile sehr zufrieden mit dem Synchron Stage Orchestra. Wir haben in den letzten Jahren einen unglaublichen Qualitätssprung hingelegt und mittlerweile sind wir da tatsächlich auf einem international, glaube ich, sehr sehr gleichwertigen Niveau-Level wie in England oder in Amerika. Also auch das technische Team in der Synchron Stage ist mittlerweile ein so dermaßen eingespieltes Team auf so hohem Niveau, dass wir tatsächlich, was die Geschwindigkeit und damit auch die Menge an aufzunehmender Musik pro Session in wirklich grenzwertige Bereiche geschafft haben. Das geht natürlich nur mit einem Team, das sich blind vertrauen kann und ich kann nur sagen, es ist tatsächlich so, dass ich das überhaupt durch nichts mehr ersetzen wollte, so wie es hier ist. Das ist das höchste Niveau, was man sich vorstellen kann. Ja, also die Synchron Halle hier in Wien ist ein ganz spezieller Ort, nämlich auch was die Atmosphäre hier betrifft. Das finde nicht nur ich, sondern das finden alle, die hier den Raum oder die Räume betreten. Nicht zuletzt auch die Musiker, die trotz der unglaublichen Herausforderungen und der stressigen Situationen, die natürlich in so Blattlese-Live-Recording-Sessions auch immer wieder entstehen, herrscht trotzdem diese Atmosphäre. Ich würde mal kitschigerweise sagen eine magische Atmosphäre, die sofort jeden erfasst. Ja, also selbst die stressigsten und schwierigsten Situationen sind aufgrund der Grundatmosphäre, die hier herrscht, immer zu meistern. Und ich habe hier, auch wenn die Situationen stressig sind oder die Anforderungen sehr hoch, gibt es immer dieses grundangenehme Gefühl. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man Spitzenleistungen nur dann erbringen kann, wenn eine Grundatmosphäre des Wohlfühlens herrscht. Das war eine riesige Herausforderung. Vielen Dank.